Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim, die Elder Scrolls 5 In der... Na, klick doch drauf In der, ne, in der nicht, sondern in der, keine Ahnung, wir sind irgendwo in einer Gruft von Hannibal Lecter Und müssen halt dort den Magier suchen und vernichten Ich habe übrigens gelesen, die dunkle Bruderschaft scheint nicht so schlimm zu sein Zumindest habe ich mal kurz die Questreihen verflogen Und die Nebenquest tötet den und den Ist anscheinend nicht so schlimm Ich schaue mir die dann auf jeden Fall nochmal weiter an Ihr habt immer noch die Möglichkeit, soll Logan der Questreihe folgen, ja oder nein Oh, ich sehe schon ein Rätsel Hörst du die Fliege, Pfeile, Pfeilen, Pfeile, Pfeile Wow, würdest du dir das mal anschauen? Gib ihn, wenn du es schaffst Es ist wahrscheinlich eine Herausforderung für einen Mann wie ich Eigentlich heißt das richtig übersetzt Wow Würdest du das anschauen? Weiche, Geist, weiche Ach, du hast einen Magier Dann sterb Pseudorealistisch, ey Ey, cool, da hat der Dietrich ja Mal eine Frage, wie viel Dietrich habe ich mittlerweile? 108 Ey, und die sind gestohlen teilweise Cool Wir sehen ja, ob sie gestohlen sind, die Sachen Können ja auch mal den Filter aktivieren Ähm Was ist denn alles gestohlen? Von den Favoriten anscheinend gar nichts Nur die Dietrich hier sind gestohlen Interessant Hier muss ich was aufschließen Also die dunkle Bruderschaft scheint eine Menge zu bringen An Geld vor allen Dingen Ich glaube so 20.000 kann man da kriegen Aber als ob Geld mir wichtig ist Habt ihr gesehen, wie viel Geld ich habe? Hier auf 480.481 Das ist auch ne geil 484481 Das ist ne Zahl, ey Ach, ich kann die drehen Adler Ne Super Adler Fisch Logisch denken muss man hier auch noch Und Schlange Und wo ist der Hebel? Ach, der war hier, ne? Ach ja, genau Cool Ich habe Fortschritt Ja Ich bin hier aber willkommen Ich sage, dass ich hier willkommen bin Kritischer Schlag gegen Geist Toll Hey, Zweckpfeile Aua Ich brauche eine neue Rippe Die Wissenschaft hat festgestellt, dass Lungen eine neue Rippe braucht Oh, da war ne Falle Boah, das brauche ich auch nicht mehr Zünde doch alles an hier Warte mal, da ist doch was Achso Da ist ja nix Äh Das scheint das Grab zu sein Halli da Der hört ja gar nix aus Warte mal Da habe ich genau das Richtige für dich Ähm Was nehmen wir dann gegen ihn? Boah, Feuer ist doch schön, ne? Ach du Witz Äh, okay Er nutzt sie Dann Er weg Aua Aua Hey, da will einer Da will einer was wissen All dir Hey, der lebt da aber noch Jetzt ist er weg Ich habe ihn was geklaut Muss ich hier was kaputt machen, ne? Yo Was erwartet du das für dich? Hm Nix als Asche bleibt übrig Heil dir's Stab Besänftig mächtige Gegner Hm Nehm ich mit Und irgendwas mit Kälte Ein Buch, was beschädigt ist Wahrscheinlich ein Zauberbuch Ein altes Äh, Rion's Trommel Nehme ich mal so mit Könnte Oh, ein schwarzer Seelenstein Alter Schwede Da können wir Wenn wir Die schwarzen Sakramente durchführen Könnten wir dort Menschenseelen fangen Ähm Ja, I wollte ich drücken Mal gucken, ob ich das auch wieder fallen lassen kann Ist ein Quest gegen den Stand Müssen wir also Rion finden Irgendwie Der Elfenrüstung Ach, die sind von hier oben nach unten gesprungen Und dann gestorben Oha Natürlich übel Gucken, was gibt's noch hier Nix Wow Würdest du das sehen? Ja, das ist ein Seelenstein, Junge Der hast du schon 20 Mal gesehen Ehrlich? Wie krieg ich das jetzt auf hier? Oh So anscheinend Hey, jetzt ist auch der Steinhaufen weg Ich vermute mal Hat die beiden zum Leben erweckt Und die waren dann hier Oben wieder auferstanden Naja Haben wir diese Sache auch abgeschlossen Können wir wieder gehen Können wir weiter erkunden Wenn dein Magiker Oder dein Ausdauerwagen blinkt Kannst du die gewünschte Aktion Nicht durchführen Mächtige Angriffe werden zu normalen Angriffen Und Zauberschlagen fehl Na jetzt aber werden gar nicht erst gezaubert So sieht's aus Hey, da ist irgendwie so ein Gebäude Wer sagt nicht, das ist ein Flusslauf oder sowas Oder Ist das eine andere Stadt? Ein anderes Dorf Habe ich ein Dorf entdeckt? Wo bin ich denn gerade? Ach, ich bin dort Gehe ich jetzt aus Skyrim raus, oder wie? Ja, komm Wir gehen nach Wir gehen Nach Zyrodiil Durch den Berg hindurch Tatsächlich kann ich gar nicht weiterlaufen Alter, wie fies ist das denn? Boah, Logan wird daran gehindert Äh Himmelsrands zu verlassen Wieso bauen die denn hier kein undurchdringliches Tor ran Sondern einfach so eine Barriere Das ist jetzt aber doof Ja, dann ist auch nicht richtig gerendert Okay Ach ja Gerade Ich habe gerade ein Video hochgeladen Handy Video Das geile ist Wo ich es pausiert habe Und nachgeguckt habe Wegen der dunklen Bruderschaft Hat draußen angefangen Hund zu kläffen Und das fast eine Stunde lang Alter, das ist ja nur ein Bär Ich kriege gerade einen Schreck Ein Drache oder sowas Äh, ein Hase Oh süß Das ist schon niedlich Boah, mir hängt die Zu wen hast du was gesagt? Zu ihm Oh, zu denen Oh, ich habe beide Bären gekillt Logan ist ja so ein blutrünstiger Kerl ey Aber die haben auf Boah, die haben an Jäger geknackt Wahnsinn Ich habe mehrere Jäger erliegt Was ich sagen wollte Mir hängt ein Nieser in der Nase Und das schon Einige Minuten lang Da waren wir bereits Ich glaube die ganze Zeit Mit dem Schwertraum Brauche ich ja gar nicht Okay Ähm Mein Kompass sagt Du kannst es ja aussuchen Wo du ihn willst Also ich frage Welche Quest machen wir denn jetzt? Fühlt das Amulett von Gaudot zusammen Das könnten wir Aber das ist doch glaube ich auch irgendwo Dort, ne? Ja, super Harte Antworten Erfindet den Boetia Kult Sprich mit Carl Selmo Ist auch dort Halt und jetzt mal Ist ebenfalls dort Unterhaltung Und da kann ich nicht Weil die Rüstung nicht mehr da ist Moment Die Quest könnte ich Irgendwie umgehen Ich suche mir gleich Meine Itemliste raus Und dann erschieten wir uns Den Gegenstand Dann könnte ich die Quest abschließen Ich war Ich habe die Rüstung verkauft Wusste von der Quest nichts Und jetzt kriege ich die Rüstung nicht mehr Hallo? Das ist Das schreit nach einem Recht Auf Nutzen eines Hilfsmittels Das ist ja nicht richtig schicken Sondern einfach nur ein Hilfsmittel In dem Fall Dann beschaffe ich mir den Gegenstand Einfach wieder Den ich versehentlich verkauft habe Wo ist Live-Nah überhaupt? Hey, das kann ich doch mal nachschauen Ich habe doch ein Handy hier direkt vor Ort Den Browser deiner Wahl öffnen Neues Fenster Und dann in der Suchmaschine suchen nach Live-Nah-Quest Wo finde ich ihn denn? Ach, die Elder Scrolls Wiki Wie sieht er überhaupt aus? Achso, ja stimmt Den Live-Nah haben wir schon gesehen Seine ID ist übrigens 00C2871 Ozan war ein Nordfarmer Der bei einer kleinen Gruppe von Banditen gekillt wurde Sein Körper kann in Broken Helm Wallow gefunden werden Hinter einer versteckten Tür An einer Steinwand But finding his buddy His wife Goster Da ist die Thecan be found At the hardwood mill Just west of Wilfton Also So rechts von Rifthorn, in einer irgendeiner Mühle. Warte mal, das ist Often, das ist Often und das ist Woften. Hartwort Mill, Herz, Holz, Herzholzmühle? Ah, da ist auch eine Karte, die öffne ich mal eben. Oh, das ist so cool, wenn man nebenbei ins Internet gehen kann hier. Oh, das ist so cool, wenn das Handy so langsam lädt. Alle sagen, boah, das ist, sein Smartphone ist so super schnell. Ich kann vom Gegenteil beweisen. So. Hartwort Mill, das ist... Ne, warte mal, das ist so eine Wassermühle. Wo ist das? Der See? Okay, da müsste ein Turm sein, dann ist da die Hartwort Mill. Dann gehen wir von Ironischen Zelda hin. Dann brechen wir diese Quest, beenden wir diese Live-Nur-Quest, die geben wir schon die ganze Zeit auf den Nerv. In den verschiedenen Teilen. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter. Vielen Dank fürs Zusehen, bis dann. Zusehen. Zusehen. Untertitelung des ZDF, 2020